Waldkönig Fuchs Eines schönen Tages mit Sonnenschön und Blumenschein rief Waldkönig Fuchs alle kleinen Tiere des Waldes auf, sich zur großen Friedensverhandlung zwischen Raubtieren und Pflanzenfressern zu begeben. Langschon war verhandelt worden, doch eine große Konferenz mit allen Tieren hatte es noch nie gegeben. Nun also trafen sich auf der einen Seite die Bären, Wölfe, Füchse, Luchse, Marder und was sonst so an Fleischliebhabern im Wald war. Auf der anderen Seite der sonnigen Lichtung versammelten sich die Hasen, Kaninchen, Hamster, Eichhörnchen und wer sich sonst so von Nüssen und Früchten und Salat ernährte. König Fuchs versicherte sich, dass alle Tiere des Waldes anwesend waren und eröffnete das Friedensbankett.